übrigens kabel so da werde ich mal jetzt beenden ins strip auf jeden fall übel wieder hallo in englisch schöne schöne warme badewanne alter damit die wasserrechnung sich lohnen wester zufall mal das magi oder hat das bestimmt wieder eine vom keyboard der sonst wo also irgendjemand kann er mir schreiben dass er gewinnt gewonnen hat oder ich schreibe dann ist der guckett verstehst du denn hier war das denn mein name in energy ist auchsenpisse mein sonntag mitten in der nacht alter und ihr seid noch wach die alte habe ich jetzt eine fliege mit gesoffen die haben wieder reingehasselt die kunden alter krank aber ich muss mal näher rankommen ich sehe schon gar nicht mehr alter so müde wie ich bin hey dummiblaze was geht man was geht alter geil mann du brauchst keinen kaffee jacke und mütze hilft auch echt stimmt ich hole mir mal jacke und mütze ich filter dort anders braune dinge mein guter das geht weil das ist denn hier los mann suche ich mein latsch einfach mal was soll ich mein latsch ich hätte ich habe eben latsch gefunden also was eine andere ich wollte etwas entdecken hatte das gesehen alter übel den muss gerade gemacht ich bin paralysiert herri hase alter gucke mal ich bin paralysiert man wenig spaß ich bin schwanger katschuh ja ich kann ja fünf minuten stehen einfach so oder einfach einfach aus irgendwas einfach so hört euch das wenn ich das ding hin und her werfe er ist so klar ach so alter mein german diggy i'm sorry i'm sorry for this diggy guck mal ich sitze im schneidersitz diggys ich habe wippe ich habe eine wippe alter ich habe eine wippe ja bald geht es wieder los mit glühwein trinken diggy glühwein du kannst du schön clean saske trinkst du gerne glühwein so richtig nur am süffeln sakko siehst du mich sakko greift meine hand sakko greift sie kommt greift sie kommt zu mir ja dann eine gute flugbahn hat ja auch wenn du so wirst jetzt so liegt er sonst wohin grüß dich hat noch jemand eine hand frei ich habe ihn noch frei die andere ist gerade woanders ich glaube deine ohr geht falsch was meine ohr geht dann falsch bei mir ist es um zwei in der nacht ist lustig das ist ein lustig digga ich habe finger alt das sieht aus wie eine spinne wenn ich so lang greift oder hier oder was sagt ihr ich kann schweben ich würde euch weiter reden weiter geben direkt weitergeben von meiner hand in die nächste hand alter wenn ihr bock habt könnt ihr mit mal ja meine kamera die wackelt gleich so übelst mitte finde ich gut jetzt macht er sich schon nass ohne dass man punkte einlösen muss ja ist so man wird mir leid aber ich habe mich nass gemacht hier ich kann es dir noch mal zeigen ja nur für dich ach scheiße doch er ist aber wasser das ist keine pisse oder so macht doch abstimmung lassen für eine abstimmung dass ich auto fahre zum beispiel ich kann auch balancieren ich bin pilz alter alter ich bin in pilz passt hier rein alter ich krieg ne meister das hält sich fest dass viel und scheiß wollte es immer sehen wollte sie sind guck mal eine socke die kuschelsocken einheit kuschelsocken diesmal keine knöchelsocken kuschelsocken vielen dank man es ist so geil ich könnte ja ich könnte ja noch ein bisschen hier machen aber ich muss ja bald ins bett und wenn ich in das bett guck mal hier ach den längsten sap sap ach so stimmt ja stunden ah sorry diggy i have not understand das was sie gerade gesagt hat alter ich werde jetzt mal meinen kaffee mit strohhalm kurz trinken bevor wir hier los machen alter soll ich noch mal gurgeln für euch viereinhalb mal darfst du raten übrigens freitag kommt pokémon alter ist mir egal was ich sage ich zack es trotzdem ich hab mir extra für pokémon den switch gekauft geht das doch von der lautstärke ich glaube das ist nicht so laut oder kann man so lassen den spätsel am rande alter ich brauche einen neuen ständer also hier einen mikrofon ständer der andere der funktioniert noch nicht pass wie sie samsing nauten zings alter i have übel progen englisch i'm sorry so hart i can't i can't know a german speaking hmmm lecker schmecker wie beim zuckerbäcker alter naja bin kann man überlegen alter hmmm nudeln vom nudeln vom bäcker ne ne nudeln vom gespannt wenn die musik noch ein bisschen leiser wäre glaube ne versteht man mich dann ein bisschen besser Müsste so gehen oder leute hört ihr mich noch das give way mail machen und ihr kauft immer ticket und die diejenigen die jetzt halt nie ausgelustert sind die gewonnen gewonnen werden oder gewinnen die verlieren ja dementsprechend punkte und da habe ich mir überlegt geil habe ich mir einfach was überlegt alter geil man genau oha ja über halt nochmal mit in den raid rein alter ich gehe jetzt sechen ich wünsche euch einen übelst geilen tag ihr seid die besten mann ey und ich liebe euch ne xbox ok ja rishi schreibt mir doch mal ähm dings in in alter ich muss sechen mann schreibt mir doch mal bei disco digger alles klar ich rate euch viel spaß man ich küsse eure augen danke dass ihr dabei wart man dead my english ey diggy dinosaur ray diggy my english is is my english is diggy okay der kuss geht auf jeden fall raus alter direkt direkt auf sturm direkt auf sturm alter wollt ihr mal meine socke sehen ey übelst geil passt mal auf guck mal ne ne au das tat weh ich mach mir nur noch nen kaffee rein alter mit nem schuss milch das du mit dir selber schreiben alter hat der sich grad selber markiert und redet mit sich selber das ist ja geil alter das muss ich auch mal machen dafür habe ich gute erfahrungen mit äh bieser samm alter mit dem rankenheb diggy weil ich hab durch bieser samm rankenheb gelernt bei mir eigentlich würde ich die ganze zeit just chatting machen alter würdet ihr mir die ganze zeit beim labern zu gucken wenn ich die ganze zeit dämlich bin und mit mein regal sag ich mal mein regal sag ich mal hier soll ich mal hier rein fahren alter soll ich mal machen hahaha sag ich hab ne wippe ne ne kannst du stream das video was ich ja freilich alter dann wär ich gesperrt alter urheberrechtsverletzung urheberrechtsverletzung wünsche euch noch eine gute nacht und schlafgurt kommt gut in die neue woche diggy alter diggy oh ähm i know that i am the greatest of all time ey diggy i thank you so much diggy aber so much diggy äh vor das übrigens kaffee mit strohhelm ich glaub ihr habt noch kein streamer gesehen der einen kaffee mit strohhelm trinkt oder ja mal gucken was wir da machen irgendwas schönes irgendwas geiles was vorne mäßig ist ich wäre jetzt aber gleich mal warte mal warte mal warte mal leitet ey ohne scheiß wartet mal warte mal ist hier strom irgendwo naja wer ich ja merken kriege ich einen tocherschlag alter das ist gut das das flackern hier alter hahaha aber ich hab halt gar nie lange äh sag mal bis die ganze hauen alter soll ich das mal so hier lassen hahaha hahaha guckt euch das mal an alter also wenn das eine fps jetzt in den rechner gibt leute ohne scheiß hab ich das an gibt's fps und flieg in der karre hahaha bis die disco brude hier raus machen ja so kann man stream eigentlich oder also wenn mich jemand fragt wie viel fps meine grafikkarte macht mach ich einfach so hier das ist wie auf dem rummel hier alter so geil ich schrader euch jetzt ihr geilen schnitten sagt schöne grüße haut rein sagt dass ihr grad von der rgb party kommt oder so ich bin halt wieder so so speziell so irgendwie oder b**** 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 mirleut b**** b**** Vielen Dank.